Jo Leute und damit willkommen zurück zu Pokémon Strahlen der Diamant. Ja, beim letzten Mal haben wir ja das Untergrundset bekommen und die Arenaleiterin Sivana besiegt. Und ja, jetzt haben, also die letzte Aufnahme funktioniert ja jetzt wirklich wieder. Keine Ahnung was in der vorigen war, wo ich das Problem hatte, dass da Standbild gab es, aber egal. Da hatte ich auch noch gesagt, ich bin der Meinung, hier hatte man von Professor Eich den Nationaldecks bekommen. Später. Ja. Und dann meinte ich ja noch, dass wir dann jetzt Team Galactic besiegen wollen. Also auf zu Team Galactic. Aber, oh, ein Namenspivot ist ja, okay. Ich habe keinen Spielsamm gegeben. Ich bin Hausverwalter, schnarch. 24 Stunden wachsam. Hm, okay. 24 Stunden, ja, alles klar. Entschuldigung, hast du ein Pokémon namens Barmeline? Ich habe einen Sauber, kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Erstmal würde ich nochmal gucken, wo man hier irgendwo noch Items kriegt. Äh, okay. Hallo. Diese Items habe ich jetzt schon so lange. Ehrlich gesagt brauche ich sie nicht. Ich hoffe, du kannst, ähm, kannst du mehr damit anfangen. Ich hoffe, hier, hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich. Ich wäre jetzt hier, ähm, 66. 66, ja klar. Das ist viel zu spät. Wozu Items ist denn das? Stand da gar nicht. Oder bin ich einfach nur zu blöd schon wieder gewesen? Ähm, aufbereiter. Sortieren wir einfach mal. Bisschen was drin? Nö. Aber vor allem ist leer. Ähm, die geschimmelnde Steine auf dem Boden herum, ja. Weißt du, ich habe viele Stücke gesammelt, mit denen ich nun meine Pokowelde bekäme. Bald, ja. Wettbewerb. Ja, ja. Wah. Das ist der Hammer. Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. Okay. Das kann man auch. Geheimbasis in der andere bewerten. Okay. Achso. Warte mal. Möchte betreten. Online-Verbindung. Kann man machen. Eintreten. Okay. So geht das halt so. Rufen. Achso. Okay. Da wurde was angezeigt, nämlich. Du hast in der Wand vier Objekte. So ist das also. Du kannst damit mehrere Dinger ja gleichzeitig kaputt kriegen. Okay. Da ist nix. Da ist was. Oder ist der Hammer besser für sowas? Vier Sachen. Das ist auch noch was. Äh. Dann müsste doch hier noch irgendwas sein, ne? Oder hier. Genau. Oh, was hat das? Ich sollte vielleicht doch mal nur die Spitzsacker nutzen. Ja, das wäre es. Bede Steintruhe. Eine Staraptor-Statue. Achso. Was ist das denn? Von Louise. Die Geheimbasis. Okay. Status Effekte. Von Typ. Äh. Pokémon von Typ normal erscheinen ein klein wenig häufiger. Also kann man es aktivieren. Okay. Okay. Hm. Könnte halt auch alleine rein, ne? Lokale Verbindung. Eintreten. Das ist meins. Ich brauche ja keine anderen Leute dabei. Was haben wir hier? Okay. Hm, 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 hm. So geht das. Ich habe mich gefreut, wie das funktioniert. Ich habe einfach mal gedrückt. Da haben wir was. Und was haben wir? Äh, zwei Objekte. Hm. Ich nehme dich hier drunter. Klar. Ich hau gleich auf so ein Ding auf. Da hau ich auch auf so ein Ding drauf. Alles klar. Ah, da. So, wo ist das andere? Natürlich wieder so ein scheiß Ding. Klar. Ich glaube hier auf diese ganzen Kackteile rauf. Äh. Was ist denn das? Okay. Hm. Stimmt irgendwo noch hier. Ich stelle es aber gleich ein. Okay. Ah ja. Habe ich nur in die Jahresphäre bekommen. Oder was das eben war. Habe es nicht richtig gelesen. Hm. Drei Objekte. Okay. 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 Okay, die habe ich. Das ist nix. Das ist wieder so ein scheiß Ding. Zwischen. Das ist auch schon wieder so eins. Come on. Nochmal wische ich genau diese Dinge. Ja auch. Ja auch. Hm. 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 Boah, bin ich schlecht. Hm. Okay. Okay, das habe ich noch gekriegt. Okay. Wie kann man sich so einen Untergrund hören eigentlich brauchen? Das habe ich noch nicht verstanden. Okay. Hallo. Hallo. Ich bin Amber. Meine freundliche Begrüßung ist das A und O im Umgang mit anderen. Und zwar bei Treffen der Ober- wie auch unterirdischen Art. Okay. Und was machst du hier? Gar nix. Okay. Okay. Jo. Vier Objekte. Klar, jetzt glaube ich wieder darauf. Vielleicht hier drunter. Ja. Ähm. Ja. Hallo. Gott. kann denn hier was sein auch nix da ist noch was okay zwei zwei sachen na gut hier haben wir was wasser gotte also wenn wir reinläuft und waren das wieder raus dann findet sich das und das auch hallo ich bin suche ich war fix und fertig der ganzen erkundung erreicht doch dieser mann in einer in einem der gänge hat mich wieder aufgepäppelt okay ehrlich ist das schnappt ihr dick das oder was ja zwei objekte ok die hammer vielleicht doch besser klar ich direkt da wenn die sind ja mal nicht so extrem gut ok beide untereinander na dann so lullo hm 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 ich habe ja noch was zu anderen stellen kommst du auch nur hin wenn du dadurch läuft drei objekte okay voll verrutscht klar klar jetzt soll ich wieder direkt darauf doch mehr drei stück ich habe ich zwei gelesen oder drei gelesen aber zwei gedacht kann auch sein entern das da oben sind viel mehr jetzt noch also kleine sphären dann können wir tauschen ok weiss wäre aquarelle gedankengut kugelsaat nee nee gar nix da eigentlich wollte ich im galaktik machen ja hat so jetzt drei objekte genau da hau ich wieder auf sowas auf ok eigentlich ist das ding doch besser egal das habe ich das eine ding bekommen ne durch den tool eine mollot statue da war die andere da war da war die andere vier objekte ok da war das manche stellen siehst du das da und noch eine da ist sowas ok da ist sowas vielleicht hier hätte auch hier drunter sein können da ist noch so ein teil davon ok das letzte kriege ich nicht mehr naja passt ja ja ich habe hier vier genau direkter boah bin ich schlecht manchmal ok wir heben wieder instant auf so eine schlussplatte gehauen ab da haben wir noch was das ist auch nix da ist noch was zack und letztes kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr weil ich nicht wüsste wo das hier sein sollte und hingestürzt egal jetzt schuppel so was machen wir hier zwei objekte ok 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 da auch nicht da haben wir natürlich wieder so ein scheiß ding äh ja ok dies machen wir beide ok und auch nur zwei aber trotzdem klein hm was bringt die eigentlich meins zusammen das frage ich mich gerade was ist diese große Höhle da eigentlich ich habe echt keine ahnung was das ergibt ich denke wir mich doch verraschen oh guck mal oh ja ok hm da auch nicht ah hier genau das war völlig zitter wird irgendwo gegen gehauen hm gut gibt es eine feuerstatue galoppstatue galoppstatue ok da will ich nicht rein wir sind zwei drei objekte ok ja das habe ich schon da hole ich natürlich wieder da drauf hm 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 die die ja hm hm okay daneben nicht auf die dinge auf egal gut hier war die andere hallo manchmal geht das gar nicht zu klicken auch kommt hier genau warum glaube ich genau auf die dinge rauf das ding mich verarschen okay so muss er nicht heißen dass es nie dagegen über ist noch richtig noch gerade noch so okay huiuiui eine rotumstatue bist du schon wieder lemba fängst du dich auf flassige problem manche davon kann man sonst nämlich nirgends finden dass sie die chance also nicht entgegen okay zwei objekte okay da habe ich natürlich da drauf ja auch hallo seid ihr aha da ist er es da ist keins vielleicht hier noch eins nein ja auch nicht völlig verrutscht wieder beim steuern wenn er mal zu weit geht und du zwischen dir drückst egal was das werden wir noch eins was ist das für eine höhle überhaupt Achso, das ist ein geteiltes Gebiet. Okay. Können halt auch's Surf gehen. Guck mal, Gliedbunkel. Geh weg. Ich wollte gar nicht kämpfen. Hier in der Welt, da kommen die mal auf dich zu gerannt, ey. Ich will nicht. Okay. Ja. Du mich auch. Dich hab ich schon. Tschüss. Kugelsaat gefunden. Hm. Ein Parmelin. Da wollte doch jemand tauschen, ne? Kramowox. Riesenpilz. Riesenpilz. Können wir verkaufen. Oh, döding. Geh weg. Fügt mich nicht. Einen mach ich noch. Hm. Drei Objekte. Genau. Okay. Aha. Wieso er immer zu weit geht, habe ich auch keine Ahnung. Okay, darfst du die dritte. Fertig. Das ging schnell diesmal. Na gut, dann war das diesmal aber eine Untergrundfolge, ne? Weil, ja, kann ich ja und nicht fahren, wenn das klar. Jetzt verlasse ich den Untergrund. Und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Stränder Diamant. Bis dann. Und dann werden wir auch wirklich Team Galactic machen. Bis dann. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau.